Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu den nächsten Arma News. Ich möchte zu Beginn sagen, vielen, vielen, vielen Dank für das Feedback, was ich bekommen habe von euch. Ihr seid die Besten, denkt immer daran. Ich freue mich darauf, unterstütze mich weiter mit so wahnsinnig tollem Feedback. Heute gibt es nur ein Thema, das Eden-Special ist heute am Programm. Mein Name ist Martin und das sind heute die News. Zu Beginn der Arma News gehen wir doch einmal das Eden-Update an und für sich durch. Was ist das Eden-Update? Und ich glaube, mit dem Eden-Update haben wir eine besonders wichtige Neuerung. Und die ist auch der Hauptfokus des Eden-Updates, ist der Eden-Editor. Das bedeutet, in der Eden-Editor ist der 3D-Editor von Arma 3. Das kam jetzt raus letzte Woche und ist damit ein extremer, extremer Meilenstein. Wo wir uns doch noch mit 2D-Maps rumgekämpft haben, können wir jetzt im Editor speziell 3D-Objekte platzieren. Außerdem ist auch eine Live-Search-Funktion reingefügt, sozusagen hier in diesem Video bzw. in dieser Website wird das Ganze geschrieben als digitales Archiv. Das bedeutet quasi, dass wir jetzt bequem über den Eden-Editor Items suchen können, Sachen suchen können, die wir bequem platzieren wollen. Außerdem war es das ja noch nicht, denn mit dem Eden-Update wurde einiges an Neuerung noch mitgebracht neben dem Eden-Editor. Und zwar wurde der Server-Browser grundlegend neu gestaltet. Somit haben wir eine effektivere Filter-Funktion. Er ist schneller, er ist stabiler. Und das Beste der Fall war, ist, wir haben das Ganze mit dem Steam-Workshop integriert. Bedeutet quasi, wir können bequem über den eigentlichen Server-Browser, können wir bequem Sachen wie Mods herunterladen, die vom Server benötigt werden. Natürlich speziell nur dann, wenn sie auch im Steam-Workshop vorhanden sind und entsprechend so gelistet sind, wie sie auf dem Server gemeldet sind. Wenn die Clans natürlich schon einen Tag dahinter haben, ist das natürlich nicht mehr möglich. Dann gibt es natürlich ein Audio-Upgrade. Und hier schreibt Premium Interactive, dass eigentlich die Traditionale, also quasi das Audio-Update längst überfällig war. Waffen, Explosionen und Fahrzeuge nutzen jetzt quasi eine neue Möglichkeit von Samples, einen neuen Long-Range. Allein der Entfernungs-Sound von Waffen, wenn ihr das jetzt so seht, ich habe jetzt kein Vergleichsvideo aktuell, der ist überwältigend. Einfach, ihr fühlt euch noch mehr auf dem Schlachtfeld. Das wurde jetzt mit dem Eden-Update sozusagen eingeführt und das Beste daran ist, die neuen, also sagen wir mal, durch die neue Open-Architektur sind die Sounds noch besser modifizierbar und für Modder sollen sie einfacher sein. So dass Modder zukünftig extrem mit den Mods arbeiten können, quasi ihre Mods anpassen können und bequemer und leichter das Ganze einführen können. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass einige interessanten Sachen hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel die neue Schriftart, die euch aufgefallen ist. Dann gibt es die Einführung vom Analytics-Tool, also quasi dieses, ja, Datensenden, also dieses Benutzerfreuen-Programm von Arma 3, was Daten sendet an Bohemian Deactive. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie ihr das Ganze deaktiviert. Dann könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr das nicht haben wollt und nicht eure Daten an Bohemian Deactive schicken wollt. Außerdem wurde das Parallax-Mapping bearbeitet, bedeutet eine neue Textur, dass die Bodentexturen besser aussehen, nicht mehr so verschwommen sind und das Ganze hübscher aussieht. Außerdem wurde die Grafikeinstellung HBAO eingefügt. Auch da gibt es etwas, was hinzugefügt wurde und jetzt ist quasi das Ziel darauf gesetzt. Wir haben die zweite Jahreshälfte erreicht, beziehungsweise jetzt kommt das eigentliche Thema und zwar geht es jetzt weiter in der Roadmap. Und zwar konzentriert sich Arma 3, also Bohemian Deactive, jetzt speziell auf das Add-On Apex. Wir sprechen hier von einem Add-On. Das Add-On wird nicht in dem DLC-Paket dabei sein, für die Leute, die das nicht wissen, sondern es wird ein eigenständiges Add-On sein. Das wird geplant für das zweite Quartal 2016. Bisher hatte sich Bohemian Deactive immer gut an die Roadmap gehalten. Mal schauen, ob es auch dabei bleiben wird. Natürlich gibt es mit jedem größeren Update, in diesem Fall mit dem Update, mit dem Eden-Update, ein Spot-Rap. In diesem Fall der Spot-Rap 00052 vom 18. Februar 2016. Und dieser Spot-Rap ist nichts anderes, als eigentlich eine Patch-Note. Hier stehen alle Änderungen drin. Ich habe die größten Änderungen bereits am Anfang gesagt. Dabei wurden noch einige Sachen hinzugefügt. Es wurden viele, viele Fehler behoben. Dabei hat sich natürlich das Update größtenteils auf den Eden-Editor spezialisiert. Und auch auf das Endgame-Content hat sich spezialisiert, sodass auch einige Fixe im Endgame-Compte gab. Also hier wurde einiges gefixt. Wir haben also eine Menge Sachen, die gefixt wurden. Jetzt aber keine persönlichen Sachen, die mir speziell aufgefallen sind, wo ich sage, das betrifft vielleicht die Masse, das waren eher Kleinigkeiten, die betroffen waren. Also von hier, sage ich mal, gab es jetzt nicht so viel Neueres, außer was ich bereits in dem ersten Teil der Arma-News genannt habe, gab es hier eigentlich nicht wirklich was Relevantes. Abgesehen davon, dass es natürlich die Steam-Achievements gibt für den Eden-Editor. Die gibt es. Der Eden-Editor hat also jetzt auch eigene Achievements. Wer also Achievement-Jäger ist und alle Achievements von Arma 3 haben will, muss sich also auch mal vorübergehen mit den Eden-Editor beschäftigen. Aber das sind nicht viele. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wirklich viel müsst ihr da nicht machen. Aber Arma 3 hat ja im Allgemeinen nicht so viele Achievements, dass man sagen muss, dass es vergleichbar ist mit anderen Spielen. Außerdem wurden natürlich einige neue Sounds hinzugefügt. Es wurde die Ancient-Simulation von Amphibien ein bisschen bearbeitet, an und für sich. Also hier gibt es schon einige Sachen, die hinzugefügt werden, die vor allen Dingen auch vielleicht für das Apex-Add-On-Relater sind. Denn amphibische Fahrzeuge werden ja im nächsten Add-On wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Wie das Ganze hinzukommt oder was da jetzt wirklich relevant ist, bleibt mal abzuwarten. Auf jeden Fall wird es hier ja, denke ich, mit Tanoa allein der Map da einen neuen Spielplatz für Leute mit amphibischen Fahrzeugen geben, weil das Ganze für mich bisher so ein bisschen an der Vietnam-Map einheit, so ein bisschen tropische Map auch und so mit viel Wald, mit viel Wasser. Und da bin ich gespannt, was kommen wird. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Außerdem wurden einige Befehle hinzugefügt in den, sage ich mal, in den Editor, wie zum Beispiel die Auto-Combat-Funktion bei Disable AI. Das heißt, dass man sagen kann, okay, man kann jetzt quasi die KI verbieten, die in den automatischen Combat übergeht. Das kann man zum Beispiel auch machen, um damit auch noch mal bessere Maps zu gestalten und effektiver zu arbeiten. Das ist vielleicht noch relevant, was noch hinzugefügt wurde, was ich aber auch schon in der Arma News mal erwähnt habe. Ihr wisst ja, in meinen Arma News gehe ich eigentlich jeden großen Patch schon immer durch, so dass ich das hier eigentlich alles an und für sich schon alles einmal mit euch besprochen habe. Beginnen wir doch mit einem kleinen Fun-Fact zum E-Editor. Und zwar besteht der E-Editor aus 40.000 Zeilen an und für sich. Das würde 700 Seiten ausmachen und das ist doch eine bessere Sache als Twilight-Story, eine bessere Love-Story. Der Meinung ist auch J.Crow. Das ist nur ein Fun-Fact. Vielen Dank geht dabei an Arno. Beginnen wir doch mit einem Bug-Fix, beziehungsweise einer Sache, die in einigen Leuten aufgefallen ist, wo ich den Fehlergrund gefunden habe. Und zwar ist es möglich, dass wenn ihr eine Mission nicht in den Editor exportieren könnt, in den neuen Editor, dass es daran liegt, dass kein Spieler gesetzt ist. Und zwar setzt ihr es standardmäßig für den Multiplayer immer playable Einheiten. Das ist doch richtig, führt aber beim Portieren zum E-Editor zu Problemen. Ihr müsst also mindestens einen Spieler platzieren, damit ihr das Ganze portieren könnt. Dann nochmal probieren und dann sollte der Fehler auch nicht mehr auftreten. Wenn ich es bereits in einem Video angekündigt habe, beziehungsweise durchgesprochen habe, nochmal ganz kurz, wurde mit Arma3, Arma3 Analytics eingeführt mit den Eden-Updates. Das ist quasi ein Benutzerprogramm, was Daten an Bohemian Interactive sendet, um das Spielgeschehen zukünftig an Bohemian Interactive zu senden, und dass die dann damit arbeiten können und damit ihre Daten quasi zukünftige Updates darauf ausrichten können. Das ist der Sinn und Zweck von Arma3 Analytics. In der Beschreibung ist ein Link dazu, wie ihr das Ganze deaktivieren könnt. Schaut rein, wenn ihr das nicht wollt. Ich kann es empfehlen. Ich habe es persönlich aktiviert gelassen aktuell, weil es mich nicht stört. Aber wen es stört, der kann es natürlich deaktivieren. Und natürlich wurde mit dem Eden-Update bereits jetzt einiges an Sachen geupdatet. Es gab Mods, die wurden schon vorher geupdatet. Das Community-Base CBA-Add-On hat jetzt bereits seinen zweiten Bugfix zum Eden-Update bekommen. Dort werden einige Skriptfehler behoben. Und auch alle anderen Waffen, vor allem Waffen-Mods, sage ich mal, haben einen kleinen Bugfix bekommen. Auch die Bundeswehr-Mod hat einen Bugfix aufgebildet. Der Sound-Mod JSRS hat einen Bugfix bekommen. Also hier solltet ihr in den nächsten Tagen immer wieder reinschauen. Die meisten Sachen wurden jetzt schon gebugfixed. Aber es gibt natürlich sicherlich noch Programme, die fehlen, beziehungsweise Add-On-Mods. Die werden nach und nach kommen. Ich denke, da wird in der nächsten Woche einiges kommen und auf uns warten. Hier immer wieder regelmäßig updaten. Und bei Armaholic am besten schauen. Auch wenn ich gestern gemerkt habe, dass die Download-Server ziemlich überladen waren. Wie ich am Anfang bereits von dem Eden-Update berichtet, so hat der liebe Glock auch einen Link zu dem Kanal von Glock. Und im Link zu der Seite von Armaholic hat der liebe Glock das Ganze auch übersetzt. Das Ganze könnt ihr hier nochmal nachlesen, was ich euch bereits am Anfang gesehen habe. Das habe ich leider erst entdeckt, nachdem ich die Aufnahmen bereits gemacht habe. Wer es sich aber angucken will oder das Ganze schauen will, der kann sie sich hier auch nochmal durchlesen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Punkt vergessen. Aber ich denke, ich habe alles besprochen und hoffe, dass meine Version mit der von Glock übereinstimmt. Vielen Dank auch mal hier persönlich an Glock für deine Mühe. Sehr cool von dir. Gute Arbeit. Mit diesen Worten bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, der Bug-Tracker, der Feedback-Tracker von Bohemian Detective war sehr, sehr krass oft gesperrt. Mir persönlich sind jetzt keine gravierenden Fehler aufgefallen. Wenn euch der ein oder andere Fehler aufgefallen ist, lasst es mich wissen. Vielleicht kann ich das in die nächste Arma-News bringen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Das war heute eine Arma-News nur um das Eden-Update. Ich denke, das war passend heute, zu dem das Ganze gestern hier auch rauskam. Möchte ich hiermit sagen, vielen Dank an euch alle für alles möglich. Ohne euch wäre das nicht möglich und ich hoffe, ihr bleibt immer am Ball und ich freue mich darauf, euch bald, bald wiederzusehen. Mein Name war Martin und ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich das Beste, denn denkt daran, Leute, ihr seid die Besten und kein anderer. Bis dann, euer Martin. Tschüss.